So, 321, willkommen zu Folge 3 von LEGO DC Supervillains. Spielspa... Spielstand 1. Bestätigen Ja und wir laden. Ich hoffe, das dauert nicht zu lange. Okay. Ähm, ach... Hallo? Hä? Haben wir irgendwas verpasst? Ich müsste an einer ganz anderen Stelle sein. Was zur Hölle ist hier los? Wir müssten doch eigentlich mit Lex und Grundy und... Noch ein paar anderen gerade einen Ausbruch machen auf der Insel. Au! Hier geht's weiter. Jawoll! Jetzt! Joko kommt, der ist aber echt weit oben. Wie erreichen wir ihn? Ist doch ganz leicht. So, Joko ist da. Wir gehen hoch und halten den Wald flach. Also, du meinst, wir sollten nach einer Treppe oder sowas suchen? Ähm, ja. Wir spielen mal ein bisschen mit Harley. Joko. Jawoll! Rampage! So! Na, komm! Hier hat man einen mächtig großen Hammer dabei und Rollsch... Jawoll! Und Bedwing zerstört. So. So. Schauen wir mal... Ups! Entschuldigung, Mr. Che! So. Joker! Mach mal was! Auf was müssen wir schießen? Hä? Ich find's... Blöd. B drücken. Brauchen wir einen mega voll? Ist das ein Megafon? Shit. Pam, 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 pam. Haha. Okay. Funktioniert auch nicht. Shit, hier. Au! Ähm. Einen haben wir jetzt hier drauf... ...Charakter wie die Tür mit einem Handlanger zu bringen, Aufgaben auszuführen. Jaaaaah, shit. Mr. Che! Okay, ich bin zu blöd. Oh, hier sind ja noch mehr Handlanger. So. Okay. Da fehlt uns noch ein Handlanger. Da. Hallo, Mist. So, jetzt aber. Aua. Alle vier hier drauf. So, springt. Ah. So. Haben wir ein schönes Trampolin gebaut. Oh. Oh. Scheiße. Das Gerüst. Aua. Okay. Wir können jetzt mit Sicherheit was bauen hier. Oder? Oh. Ah, scheiße. Wie ging bauen nochmal? P halten. Da drüben. So. So. So, und das konnte doch sie. Tee. Okay, konnte er das. Wie? So. Tee. 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 Jokos. Sehr gut. Ahhh. Na. Was ist hier noch? Was sprühen wir da an die Wand? Aha. Ich sprengst da viel. Das kenne ich nur aus den Padmatch-Spielen. Ups, Entschuldigung. Harley. Harley, du bist ran. Ja. Ah Gott. Scheisse. Nein. Okay, verdammt. Hoch. 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 Pfeffer. Hau den Lukas. Fahrstuhl nach oben. Oh. Wonder Woman und Cyborg. Haltet durch Leute. Drückt euch die Daumen. Hahaha. Wir sollen dir nicht helfen. Und unseren magischen Arten verdämmen. Haa. Sollen sie ihren eigenen Raumzug schnacken. So. Du bist jetzt mit auf meiner Seite. Kämpfen. 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 Oh. Ist das Batman? Wann. Gargoyle. So. Ihr seid auf meiner Seite. Alles zerstören. Schwupps. 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 Zieh. 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 Wow. Heilige Scheiße. Was können wir damit bauen? Das ist doch. Äh. Ein geiles Ding. Eine Kanone. K. W. W. Okay. Kleine. Kannst losgehen. Hallo. W. A. A. W. W. Sevier. Sehr schön, danke dir. Schwupps, Tirocs. Was ist hier? Hier ist das Haus kaputt. Tixi Klo. Ähm. Irgendwas zum drehen. Wollen wir das Haus jetzt an? Ah, die Uhr dreht sich. Hallo. So. Noch mal hoch. Hoch. Und jetzt... Harley rum mit dir. Schwupps, schwupps, schwupps. Was hier alles passi... Wow. Passiert. Ah, Polizisten. Weg mit euch. So. Zerstörung. Wow, wow, wow. Geh weg. Okay. Äh. Schnell. Aus hier um. Auf wen schießt du denn? So. 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 Das sah noch zum Zerstören aus. Die Tür geht leider nicht. Bin ich auch zu blöd für... Okay. Alle. Und... Mist. Mist. Jetzt aber. Es macht Ding und dann Gong. So. So. Die Uhr dreht durch. Dixi Kavotte. Wer kam hier raus? Mr. J. Am Start. Was bauen wir? Check in der Boxkiste. Wie es ausschaut. Was ist aber das hier? Gold noch Darkoil? Nee. Oh Gott. Ist das Darkseid oder ist das wieder hier... Kolossus oder wie er heißt? Also der von Superman hier, der... Oh. Das ging ja ganz schön daneben. So. Kannst du hier was machen? P drücken. Nee. Können wir hier was machen? Einfach zerstören. Nein. So. Shit. Das müssen wir... Epsilon. Epsilon. Ah. Geht doch. So. Was wird das denn? Schleutersitz? Nein. Ein großes... Äh... Knabber... Gewissen. Epsilon. Oh. Halleluja. Ciao, ciao. Ui. Ich bin ganz schön. Ha, 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 ha. Ma, ha, ha, ha. Ah, ha, ha, ha. Oh nein. Ihr Idioten. Gott, Batman. Shit, shit, shit. Superman? Nochmal? Wo? 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 Wer seid ihr denn? Ultraman? Ja, schickt hier. Irgendwas an denen kommt mir wirklich bekannt vor. Wir sind hier, um zu helfen. Justice Syndikat. Der Frischling. Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. Bla, bla, bla. So, und dann schauen wir mal, was wir für Punkte bekommen. Hm? Yeah. Ähm. Nix davon geholt. Doch, wir hatten doch einen Stein. Level abgeschlossen. Ein Stein. Zwei Steine. Okay. Sheetha, Harley Quinn. Keine Ahnung. Ja. Harley Quinn. Die nächsten. Keine Ahnung. Ach, das war der Joker. Das könnte Lex sein. Mercy Craves. Die kenne ich halt überhaupt nicht. Grundy. Und... Wer war die Letzte? Die Letzte nicht entdeckt. Wäre irgendeine Frau gewesen. Verdammt. Okay. Geschichte fortsetzen. Wir kommen aus Eis. Kommt zum Punkt. Der Joker entkommt. Euer gesamter Planet ist in großer Gefahr durch eine Bedrohung aus unserer Welt. Welche Bedrohung? Wir. He... He dailyer Cracker. Das werden ihr nicht glauben. Hey! Warte auf mich! Mr. Jake! Okay. Okay, diese Helden scheinen nicht nett zu sein. Genug ferngesehen für heute, Arley. Zu viel ist schlecht für deine Augen. Aber Mr. J, ich hab gesehen, wie die neuen Justice Trottel die alten Justice Trottel mit Soft-Dings-Bombs wegteleportiert haben. Mit meinem Handy könnte ich's dir beweisen. Psst, ich suche immer noch nach meinem tollen Spielzeug. Hilfst du bei der Suche, Lex? Eher trage ich ein Toupet. Außerdem gibt es wichtige Dinge für mich in Metropolis. Oh, und danke für das Geschenk, Joker. Was für ein Geschenk? Warum muss ich auch immer den Schlüssel stellen? Was? Oh, ein Heli geklautzt, oder was? Oh, ein neuer Joker-Truck wäre schon total 50. Aber wie bitte schön sollen wir hier sowas bauen? Oh, Arley, du musst nur etwas kreativer denken. Ziele, ne Leiter. Ja, stimmt. So, ihr seid alle auf meiner Seite. Ihr werdet konfisziert. Da ist ein Truck. Mr. J's Office. Nein, komm, vergesst es. Keine Ahnung. Ich will jetzt nicht auf irgendeine Webseite gehen. Wir haben richtig eine Zerstörung hier. Schade, ich dachte, wir spielen jetzt größtenteils mit unserem herstellten Charakter. Aber, na gut, Choro ist vielleicht doch interessanter. Wir haben ja jetzt mittlerweile Superkräfte gehabt. Ich kann nicht mehr auf dem Fahrzeug. Wir sind heute mit dem Selbstbestellten. Zumindest konnten wir ein Hitzestrahl. Alle zerstören hier. im moment hallo halle wenn ich hier nicht hoch klopfen wir hier halt alles bereit hier gibt es ein paar zähne hier auch mal punkte ausspucken mit L was muss ich machen was muss ich machen eine wand sprühen ah ok schräg zack zack ein spielzeug was da reinpasst ups entschuldigung so weiss mal zu jawohl wir haben einen truck so und wir können noch irgendwas bauen was wird das sprungbrett ja komm her baut mir mal ein trampolin ich kann das nicht ein leiter der witz geht wohl auf meine kosten so halle komm mit oh bevor ich es vergesse ende für diese folge tschüss und ciao bis zum nächsten mal bye bye bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal